Sie lassen den Herrn durch! Figuren und Freizeit! Schöpfe, 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 Schöpfe! Schöpfe, 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 Schöpfe! Schöpfe, 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 Schöp Machen auch eure Eltern wie die da zum Stehen, die haben neun Nachts erlebt oder fünf vielleicht auch noch. Schieben eure Klamotten aus, ihr Verräter. Wenn ihr den Regime weglebt, seid ihr alle eure Jobs los, aber das begreifen die euch nicht. Habt ihr viele Bäume? Aber weißt du was? Schöne, es geht noch ganz schwer in allen Städten. Denen laufe ich jetzt auch. Wir wissen, wir haben die Wurzeln von Gold. Wir teilen euch noch einmal nach Seiders. Weil es Menschen gibt wie uns, die für genau diese Freiheit hier stehen. Weil es sind eure Kinder ganz genauso betroffen wie meine Tochter. Aber es begreifen ihr wie, ne? Die haben doch nicht gehört, ne? Sie legt euch einfach jetzt frei. Weil ihr wollt, 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 ihr wollt. Und kein nur Scherz. Bescheiden wir uns, dass man eine Entscheidung kommt. Und dann kann es kontrollieren. Weil ihr nur noch die Entscheiden ist. Doch es gibt, dass es noch nicht voll rechtsstaatlich ist. Das sind die Unschutzgesetz, wenn es noch nicht gebrochen ist. Ausdrücklich. Das ist ein Rundnis. Bei uns steht er in China, die Polizei, von Bernhardens und von Bonhoeffer, Stimpfuj! 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 In vier Worten sind neun Sünder, in vier Worten, in vier Worten sind in so vielen Städten ganz unterwegs, da stehen hier zwei von euch, da schreist euch da. Schöne, ihr Feige, ihr hessische. Na, deine Beleidchen. Geht nach Hause. Geht mit, lauf. Wir haben ruhig noch befüchtert jetzt. Das ist schon live, hier, hier, dort, Begliedermann hat es so. Und Passport ist hier angeht. Und Passport. Wer ist das, Madeleine? Immer an den Schwachen. Ja, ich weiß auch, jetzt hier, Fässerheit. Ja, ich weiß auch, jetzt, hier, Fässerheit. Ja, ja, ja. Aber der hat zwei Seiten gewechselt. Du hast doch, ob es hier eine fettes Seite ist. Eine fettes Seite, eine ähnliche, was ist nicht der, die Ländersprache. Den müssen wir eigentlich auch machen, diesen Miststeuer. Der hat klein sich um den Peike verpasst. Der hat definitiv gebraucht. Aber es ist gleich geschützt. Ein kleiner Frau, ein kleiner Herr. Noch nimmer dazu stehen, noch nimmer dazu stehen. Kein Schweine, ey. Das sind echt Verpresser. 13, 12, sage ich. 13, 12, sage ich. Ja, ist es nicht. Lieber lassen Sie sich von der Linken anspucken, schlagen mit Steinbewerben. Das hat das Gute noch Grund am Ende. Die wissen genau, dass bei uns keine Gewalt ausgeht. Das wisst ihr ganz genau. Die wissen doch, dass wir Recht haben. Aber den Arsch in der Hose wie zu DDR-Zeiten den Helm abzusetzen und zu Hause zu dürfen. Das ist das Problem. Wer für nichts lacht, lacht am besten. So, jetzt haben wir uns hier um Erwerbrenscher getrennt. Was ist das? Ich bin nur ein Erwerbrenscher. Aber dann habe ich mir auch eine Überbringung. Ich bin nur ein Erwerbrenscher. Ja, das ist wirklich ein Erwerbrenscher. Das ist ein Erwerbrenscher. Das ist ein Erwerbrenscher. Bis zum nächsten Mal.